Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Hive und zwar alleine, aber das ist wieder kein Problem. Es wird sich wahrscheinlich hoffentlich bald ändern. Und zwar spielen wir mal wieder Bad Wars, weil ich mir voll Bock drauf habe. Diesmal, ich habe ja die letzte Zeit ja auch gestreamt, ne. Wer es verpasst hat, könnte gerne vorbeigucken. Und, ähm, ja, ich bin ja immer ausgerastet in den Streams. Ich bin ja wirklich ausgerastet, ne. Aber, ei, ei, ei. Aber dieses Mal, da will ich wirklich ruhig bleiben. Es ist, es ist eine Challenge. Wenn ich einmal ausraste, in diesem Video, ist das Video sofort zu Ende. Wenn ich einmal ausraste, ist das Video sofort zu Ende, Leute. So. Und da bin ich echt gespannt, ob ich das schaffe. Einfach mal eine Challenge. So. Ja, ja, das macht es schon. Erstmal machen wir den Rasen wieder schön hier, weil... Muss ja nicht so viel hier sein, ne. So. Spaß beiseite. Ist das Ernst des Lebens? So, also wir brauchen, äh, Wolle. Oh, der Bauts ist sofort rüber. Das mache ich aber jetzt auch. Jetzt habe ich nämlich auch genug Wolle. Ah, ja, ja, der Bauts ist aber schnell rüber. Aber ich will mir ein Schwert kaufen, bevor ich da rübergehe. So. Jetzt mache ich wieder ein kleiner Lifehack. Ah, okay, der hat sofort einen Stein eingebauen können. Das ist blöd, aber egal. Das kriegen wir hin. Das Gute ist, es hat Stein von ihm geklaut. Ein bisschen Geld sparen. Ha. So. Einmal upgraden. So. Mit dem Eisen. Was kaufe ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ah, ja, ja. Du farmst mir das so viel, äh, von den Guten, weißt du das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Welche ist denn der Falle? Ich mache den gleich fertig. Warte, ich hole mir jetzt eine Spitzsacke. Und dann mache ich ihn fertig. So. Erstmal checken. Okay. Jetzt renne ich rüber da. Ah. Der, der sieht mich schon wieder kommen. Der Arme. Der wird voll gemobbt von mir, ey. Jetzt kann er mal versuchen zu überleben. Jetzt kann er versuchen zu überleben, Alter. Wie unfair, ehrenlos, ey. Ich komme einfach und mache sein Bett kaputt. Oh Mann, Leute, ey. Ey, aber ich, ich, ich lasse ihn leben. Also. Ja. Ich will ja schon ein guter Mensch sein, ne? Oh Mann, der Arme, ey. Der konnte einfach dazu gucken. Und durfte nix machen. Konnte nix machen, ey. Ey, aber die gehen ja auch alle ab, ne? Das ist ja echt brutal. Vor allem, welches Team? Das ist doch, kann doch nur rosa sein, weil ich bin ja, äh, grünen. Ja, sicher. Die haben auch schon, gehen auch schon ganz in die Mitte und, äh, rushen. Yo. Hier sollen die rüberkommen, hier sollen die rüberkommen. Ich sag's dir, sollen die rüberkommen. Ich mach die fertig. Ich mache links, rechts, ey. Alter. Der macht die voll fertig. Eieieiei, aber wenn das kein Auswasser gibt's gleich. Oh mein Gott. Okay, 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 Leute. Ich brauche wieder ein bisschen Wolle. Oh, ich kann mein Eisenschwert kaufen oder doch nicht. Okay, ähm. Ich geh jetzt in die Mitte. Ich, ich, ich weiß nicht weiter. Oh mein Gott, doch, der kann gut, der ist Profi. Na, einmal spielhängt. Nein. Alter, alter, alter. Junge, was soll denn das? Ja, Digga. Fahr, ja, ja, Digga. Leute, mal leid, bin ausgerastet. Auf, jetzt hat euch trotzdem gefallen. Lass ein Like und Abo da, bis denne.